Man kriegt wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitungen an die Hand und selbst wenn man jetzt keine Erfahrung hätte, wird man damit sehr schnell gute Ergebnisse erzielen können, weil das wirklich alles, ich will fast schon sagen, idiotensicher erklärt wird. Ich hatte wahnsinnige Angst, weil ich mich mit dem Thema Aktien überhaupt noch gar nicht beschäftigt hatte, ob ich das überhaupt alles verstehen werde und diese Angst wurde mir genommen. Das heißt, ich gehe jetzt mit einer Leichtigkeit nach Hause und mit einem Gefühl, auch ich kann es schaffen. Die Erklärungen waren alles sehr präzise und ich fühle mich jetzt total sicher, dass ich das auch zukünftig umsetzen kann. Der Uli ist der Profi und er weiß, von was er spricht. Die Sachen, was uns Uli beigebracht hat, das sind jenseits von dem, was man sich vorstellen kann. Drei bis sechs Prozent Rendite im Monat, das kann sich eigentlich keiner vorstellen, aber wenn man hier gewesen ist, können wir es sich vorstellen und man weiß, es geht. Ich bin mit sehr viel Erwartungshaltung hergekommen und war mit weit übertroffenen Ergebnissen zurück, weil es war so viel Input, es war so viel Austausch und auch mit den ganzen Menschen, die hier auf dem Seminar waren, extrem wertvolle Zeit, wertvolle Gespräche. Und was ich besonders toll finde, ist dieses Herzblut, was der Uli da reinbringt. Ich kann es jedem nur empfehlen, es ist ein Wahnsinn. Ich kann es nicht über 7 an dem, es ist ein Wahnsinn. Ich bin die type eif es mir in mir gekgestellt. Ich kann es nicht von der Uli da perpend supporters. Ich kann es jetzt schnell über Dezember einer типа übern ключ. Untertitelung des ZDF, 2020